Die SR-71 Blackbird war das Spionageflugzeug der US-Duftwaffe. Es ist unverkennbar und erhält die Weltrekorde für Flughöhe und Geschwindigkeit. Doch warum blieb dieses Militärflugzeug so lange streng geheim? Ganz einfach, weil es für Überwachungs- und Aufklärungsmissionen sowie für fotografische Spionage eingesetzt wurde. Während des Kalten Krieges wurde es von der NASA, der CIA, der US-Navy und dem US-Außenministerium eingesetzt. Zwischen 1968 und 1990 war das Überschallflugzeug eine der Geheimwaffen der US-Armee. Am 22. Dezember 1964 startete der komische Vogel zu historischem Ruhm. In der kollektiven Vorstellungswelt ist er immer noch sehr präsent und sein Bild wird immer wieder verwendet. Wie kann es sein, dass dieses Flugzeug noch immer in den Köpfen der Menschen verankert ist? Die SR-71 Blackbird, die für ihren futuristischen Rumpf berühmt ist, wurde von der Lockheed Corporation entwickelt. Seit 1912 war dies der führende US-amerikanische Hersteller von Luft- und Raumfahrzeugen. Bei der Fusion mit Martin Marietta im Jahr 1995 wurde sie zu Lockheed Martin. In Wirklichkeit ist die SR-71 eine neue Version des Spionageflugzeugs Lockheed A-12 Oxcart. Sie behält ihre Silhouette und ihre außergewöhnliche Leistung bei, verfügt aber über einige besondere Merkmale. Es verfügt über unvergleichliche Aufklärungssensoren. Die für die United States Air Force bestimmte Maschine musste in der Lage sein, ihre Mission zu erfüllen, ohne vertikal fliegen zu müssen. Die A-12 war dazu nicht in der Lage. Ab März 1968 wurden die ersten SR-71 Blackbird auf dem Stützpunkt Kadena auf Okinawa in Japan eingesetzt. Von nun an sollten sie die A-12 ersetzen. Das ist auch der Grund, warum die SR-71 manchmal den Spitznamen Habu trägt. Es handelt sich dabei um eine schwarze Schlange, die auf einigen japanischen Inseln, darunter Okinawa, heimisch ist. Außerdem trat sie zu einem Zeitpunkt in den Vordergrund des militärischen Geschehens, an dem man sie nicht erwartet hätte. In einer Art einer Schlange. Heute kann man sagen, dass die Überraschung groß war. Sein erster Einsatz fand am 21. März über Vietnam statt. In den 1960er Jahren wurden mindestens 32 Exemplare dieses Flugzeug gebaut. Schließlich flog es mehr als 3.500 Einsätze über der ehemaligen Sowjetunion, Nordkorea und sogar Libyen. Zu dieser Zeit waren viele SR-71 in Beale, Kalifornien stationiert. Dieser James Bond der Luftfahrt hat unter anderem alle geheimen Standorte der UdSSR fotografiert. Trotz der 2.500 Raketen, die auf ihn zielten, gelang es keiner einzigen, um zu treffen. Es stimmt, dass die sowjetischen Raketen nicht schneller als 2.200 kmh flogen. Wenn die SR-71 flog, fiel sie fast nie unter die 2.400er kmh-Marke. Auch heute noch sind viele der durchgeführten Missionen geheim. Militärische Geheimnisse sind manchmal nur sehr schwer zu durchdringen. Einige Fotos der SR-71 wurden jedoch freigegeben. Die SR-71 flog in einer unvergleichlichen Höhe und mit einer unvergleichlichen Geschwindigkeit. Sie hält auch den Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung. Im Jahr 1974 soll sie für die Strecke von New York nach London weniger als 2 Stunden benötigt haben. Diese außergewöhnlichen Leistungen machten ihn zu einem wahren Kriegshelden. So gelang es ihm im Kalten Krieg, zahlreichen sowjetischen Raketen zu entgehen. Seine aerodynamische Form, aber auch seine Turbotriebwerke ermöglichten es ihm, in einer unvergleichlichen Geschwindigkeit zu fliegen. Die leistungsstarken J-58-Turbotriebwerke von General Electric waren die Seele der SR-71. Mit ihnen konnte eine Kraft von fast 15 Tonnen pro Stück entwickelt werden. Außerdem wurden sie mit einem speziellen Treibstoff, den JP-7, betrieben. Während eines Fluges verbraute das Flugzeug so viel Treibstoff, dass es mehrmals pro Einsatz betankt werden musste. Zwar war sein Preis exorbitant hoch, aber es stand in einem angemessenen Verhältnis zu seinen Fähigkeiten. Die Rede ist von 2 Milliarden Dollar pro Stück. In der Folgezeit entwickelten sich in den USA zahlreiche militärische Beobachtungssatelliten. Ihre Bilder wurden immer genauer. Infolgedessen war die SR-71 nicht mehr so wettbewerbsfähig wie in ihren Anfangsjahren. Es stimmt, dass die Operationen der SR-71 alle millimetergenaue Logistik erforderten. Eine Flotte von spezialisierten Tankflugzeugen musste jederzeit in der Lage sein, die Tanks der Flugzeuge aufzufüllen. Tatsächlich wurde die JP-7 nur von der Blackbird eingesetzt. Die Flugzeuge wurden in der Regel während eines Fluges nach einer Geschwindigkeitsspitze betankt. Dadurch konnte sich der Motor erwärmen, um die Tanks dicht zu halten. Angesichts dieser ständigen Entwicklungen im militärischen Bereich wurde die SR-71 im Januar 1990 auf Eis gelegt. Doch der US-Kongress war damit nicht einverstanden. Damit konnten drei SR-71 wieder ins Rampenlicht gerückt werden. Von 1995 bis 1998 waren diese also wieder im Einsatz. Im Oktober 1999 verabschiedete sich die SR-71 endgültig. Der letzte Flug fand im Auftrag der NASA statt. Doch durch was wurde sie ersetzt? Die Legende besagt, dass sie durch die fantastische SR-91 Aurora ersetzt wurde. Leider wurde die Existenz dieses angeblich auf dem Radar unsichtbaren und extrem schnellen Flugzeugs nie bewiesen. Was die B-2 Spirit betrifft, so existierte sie tatsächlich. Sie hatte also Anspruch auf den Posten des SR-71 Ersatzes gehabt. Es scheint jedoch, dass all dies nur das Ergebnis einer Welle der Desinformation ist. In diesem Punkt bleibt die militärische Geheimhaltung also bestehen. Es ist klar, dass die Macht und die Beliebtheit dieses Flugzeugs viele Fantasien überflügelt haben. Flugzeugliebhaber haben es vor allem wegen seines faszinierenden Geheimagenten-Charakters in den Himmel gehoben. Die Begeisterung, die die SR-71 auslöste, hat sich in die Geschichte eingebrannt. Auch heute noch ist es ein Symbol für die Raumfahrt. Autohersteller lassen sich bei einigen ihrer Fahrzeugmodelle von SR-71 inspirieren. Dies gilt auch für McLaren Automotive, den britischen Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung hochwertiger Sportwagen spezialisiert hat. Mehr denn je wird der Schatten des Blackbirds in der DNA von McLaren präsent sein. Ein futuristisches Designsystem sollte die Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer neuen Modelle unterstützen. Jahre später lebt das Wesen des SR-71 also immer noch weiter. In ähnlicher Weise möchte die italienische Firma für Motorradanpassungen das ikonischste Flugzeug des letzten Jahrhunderts weiterführen. Das elektrische Geländemotorrad Zero FX hat sich für eine Mischung aus Nostalgie und Stummheit entschieden und sich von der SR-71 inspirieren lassen. Unter seiner Aluminiumverkleidung verbirgt sich ein elektrisches Herz. Ideal, um in das Kostüm eines Spions zu schlüpfen und nicht entdeckt zu werden. Mehrere Einheiten des SR-71 Blackbird werden in Museen und Forschungszentren auf der ganzen Welt aufbewahrt. Dies ist ein weiterer Beweis für den Respekt, den der Blackbird seit jeher genießt. Aufgrund seiner Beteiligung an einem der größten Konflikte der Geschichte und seiner außergewöhnlichen Kraft ist er in den Köpfen der Forscher noch immer fest verankert. Obwohl die Zeit vergeht und immer neue Entdeckungen gemacht werden, kommen Flieger und Historiker immer wieder auf den Blackbird zurück. Die Frage, ist der Blackbird das schnellste Flugzeug der Welt, wird mit Ja beantwortet. Und trotz der immer weiter fortschreitenden technologischen Entwicklung in den letzten 30 Jahren scheint es nichts zu geben, was die SR-71 vom Thron stoßen könnte. Die Luft- und Raubfahrt steht also nach wie vor unter dem Einfluss dieses Spionageflugzeugs. Könnte sie wieder zum Leben erweckt werden? Würde sie ihren Platz in einem modernen Konflikt finden? Wir müssen noch ein paar Jahre warten, um das herauszufinden. Falls Ihnen unser heutiges Thema gefallen hat, zögern Sie nicht, dieses Video zu liken. Um auch alle anderen Videos zu sehen, sollten Sie den Kanal abonnieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns auch Vorschläge als Kommentar hinterlassen. Dies könnte uns bei der Entwicklung unserer nächsten Themen sehr hilfreich sein. Vor allem aber sollten Sie die Benachrichtigungsglocke aktivieren, um keine unserer Neuigkeiten zu verpassen. Bis bald auf A-Tag!